servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal zum sonntag haben wir zwei kleine news zum thema wird es wieder ein token geben womit ihr euch einen t-set teil kaufen können wenn ihr einen gewissen erfolg im m plus pvp oder raid erhalten habt das gucken wir uns an und b was wird das neue raid mount sein welches ihr für den raid achievement run bekommt also in jedem raid gibt es ja immer bei jedem boss ein achievement und wenn ihr alle gemacht habt gibt es ein mount und jetzt ist auch bekannt welches das sein wird wir kommen erstmal zu dem thema t-set token und es ist wieder bekannt dass es wieder einen solchen erfolg geben wird dragonflight season 3 master also meister der dritten season von shadowlands äh von dragonflight pipapo ihr müsst dafür entweder den raid auf heroisch clear challenger im pvp erreichen oder keystone master im mythisch plus spricht 2000 rating wenn ihr das abgeschlossen habt bekommt ihr das sogenannte emerald mark of mastery das ist aktuell der name unter dem es bekannt ist einen deutschen habe ich noch nicht entdeckt und letzten endes funktioniert das genau so wie das drakonische mal der meisterschaft aus season 2 ihr bekommt das ding sobald ihr den erfolg habt in eure tasche gelegt und dann könnt ihr zu einem npc gehen und euch ein heroisches item holen aus dem raid also ein heroisches t-teil aus dem raid kopf schultern brust hände oder beine finde ich eine sehr sehr schöne sache denn weiß ich es macht allen spiel also ich finde erstmal gibt es allen spielern so eine kleine karotte nach dem motto hier wenn ihr das und das erreicht dann gibt es auch was es ermöglicht spielern auch ohne raid theoretisch schneller an t-set zu kommen also sprich leuten die beispielsweise nur mythisch plus spielen können damit theoretisch bereits in der zweiten id wer richtig richtig hart unterwegs ist kann sogar schon in der ersten id schaffen die können sich dann schon t-set holen auf der anderen seite macht es auch für raids als solches einfacher alle leute mit dem vierer set bonus auszustatten so war es zumindest bei uns jetzt auch in der zweiten season wir haben halt erstmal die leute so verteilt dass sie alle drei teile bekommen haben wir haben in der ersten id bereits den end boss auf hc gelegt so dass jeder sich dann sein viertes teil holen konnte und das hat es einfach viel viel schneller gemacht dass jeder mit seinem vierer set bonus durch die gegend latschen konnte oder zumindest schon mal den zweier set bonus hatte fangen wir erstmal so an man hat nicht direkt mit allen nach der zweiten id vierer set voll aber es ist eine ganz nette geschichte ich finde es schön dass das wieder rein kommt und auch für twinks finde ich sehr sehr nice denn es gibt immer einen bestimmten slot im letzten raid aberus war es zum beispiel die schultern die normalerweise beim späteren boss droppen heißt das item level dieses teils ist dann ein bisschen höher als die anderen und so konnte man sich zum beispiel auf twinks irgendwann wenn man die zwei karmisch plus erreicht hat noch entweder das höchste t teil generell holen auf hc oder man hatte irgendwo noch eine schwachstellung konnte das damit ein bisschen ausgleichen also ich habe jetzt mittlerweile fast den siebten charme mit mehr als 430 item level und ich konnte dabei jedem bisher dieses token nutzen wo ich es denn bekommen habe also das ist eine ganz schicke sache damit kommen wir noch zu dem raid mount und das ist wie ich finde auch eine sehr sehr schicke sache shadow dusk dream saber also das sind diese säbelzahntiger die wir schon mal gesehen haben in der preview alle neuen mounts und so weiter und so fort das ding wird es begeben für euch wenn ihr alle erfolge im raid meistert finde ich ein sehr sehr schönes mount würde ich es cooler finden würde man auch für den erfolg irgendwie ein dragon riding mount bekommen oder ein skin fürs dragon riding klar da hat man im aktuellen addon etwas mehr von aber nichtsdestotrotz blizzard bleibt seiner linie treu und gibt normale mounts raus wie sie es immer bisher gemacht haben und das ding sieht ziemlich ziemlich schön aus klar ist geschmackssache mir persönlich hatte das ding aus patch 10.1 nicht gefallen da bin ich mit dem guten gerät hier doch wesentlich mehr zufrieden und ihr seht hier die erfolge sind tatsächlich auch schon bekannt wie sie heißen zumindest allerdings noch nicht was wir dafür machen müssen oder bei firec steht zum beispiel nur drin firec achievement da steht noch nicht fest bei sieben bossen schon wir werden denke ich dann auch wieder die achievements holen zum beispiel hier sehen wir defeat knallroot after igniting eight harmless blossoms also da muss man acht blüten anzünden und so weiter und so fort wird denke ich wie immer sein dass man da mit hilfe von kleineren mechaniken oder man hebel versteckt dies das kann man dann diese effekte triggern und sich damit dann den erfolg sichern und hier seht ihr jetzt noch das mount in bewegung link dazu findet ihr natürlich auch in der video beschreibung und man kann sich hier dann auch auf wow hat zum beispiel die mount special animation angucken das ist diese hier können wir alles hier unten rechts einstellen man konnte teilweise meine ich auch den da jemanden draufsetzen das sind jetzt zum beispiel so sachen wie das maun im kampf aussehen würde da sie aber nicht kämpfen können ist das jetzt relativ irrelevant und sterben kann es auch nicht das sind die normalen animationen jetzt glaube ich von katzen in world of warcraft ja jetzt eben auch hier dran das ist zum beispiel so tanzt die druiden katze also theoretisch kann man in diesem in diesem showroom ziemlich viel mit den mounts machen das finde ich ganz witzig so sieht es aus wenn es rennt das ist jetzt zum beispiel eine animation die zum tragen kommen wird also ich finde ehrlich gesagt das ding sieht durchaus schick aus und passt thematisch auch zum raid das muss man auch immer sagen hat was ich denke da lohnt es sich durchaus für die erfolge zu machen damit sind wir an dieser stelle durch ich werde versuchen für den nächsten content wir haben diesmal auch wieder erfolgs runs gemacht allerdings habe ich dazu keine videos gemacht ihr könnt gerne mal in die kommentare schreiben ob das nützlich ist für euch ja oder nein allerdings wir machen den achieve run meistens ziemlich spät im tier deswegen habe ich mich diesmal gegen videos entschieden weil ich dann nicht weiß wie relevant das noch ist dementsprechend wenn jetzt viele von euch sagen macht trotzdem bitte dann werde ich das zukünftig auch wieder aufnehmen aber schreibt es mir einfach mal gerne in die kommentare ist dann nicht so viel extra arbeit ich bin jetzt nur einfach von ausgegangen es interessiert nicht so viele leute und damit mit der schwimmenden säbel zahn katze verschwinde ich aus diesem video und verabschiede euch in den restlichen sonntag bis dahin habt eine tolle zeit und reingehauen